Ich habe sogar eine Nate, die könnte man noch nehmen. Okay, du bist leider nicht weg. Also der Typ, der ist hier drin. Ich höre es ja, oder ich habe es gehört. Naja, gut. Komm, es ist Test-Server. Dass Leute in Test-Servern campen müssen. Das ist ein bisschen seltsam. Na, Abend ist sowas wie eine Mischung aus Nachmittag und Abend. Oh, hat er zurückgeschossen. Ne, das war jemand anderes. Ich habe aber nur eine Shotgun und eine Car. Da ist er weg. Gucken wir mal, was er so für uns mitgenommen hat. Nicht wirklich was. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Jetzt habe ich den Drop verloren. Ach, da vorne ist er. Okay. Under the sea. Uh. Ich habe gleich mal ein Orbon für heute. Hier geht einfach keiner ran. So, 15-fach Scope. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Habe ich hier eigentlich einen Scope für das Ding? Mal einfach mal das hier. Und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Wird interessant auf jeden Fall. Ah, Zone kommt auch schon. Ich denke mal, mit dem M249 könnte ich mich sogar auf der Brücke platzieren. Aber ich habe eben ein bisschen wenig Muni, ha? Und wir machen das einfach so, holen uns das Loot von dem. Dann passt es auch. Ja gut, der hat mir leider nichts an Muni mitgebracht. Schade. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Da vorne läuft sogar einer. Ah, guck. Ob der das war? Erst immer links, rechts gucken. Wo man weiterläuft hier. Weil jetzt bestimmt schon einige hier auf der Brücke sind, denke ich mal. Das ist gut möglich. Ja, das Ding macht schon Spaß zum Zocken. Muss ich sagen. So, jetzt wollte ich erstmal alles hier abchecken. Ein bisschen zu hoch leider. Einmal noch ein bisschen zu hoch. Da wartet halt einer direkt, ne? Da unten drunter. Auch vielleicht noch ein bisschen zu hoch. Wir gehen mal ein bisschen zurück hier. Hey Joker, na bin's? Ist es da sein Kopf oder was ist das da, das schwarze? Ne, kein Kopf. Der mich flanken will, gibt es ja auch die Möglichkeit. Aber das dauert wahrscheinlich viel zu lang, das Flanken. Denke ich mal. Irgendwas muss er ja vorhaben. Benko, keine Ahnung. Frag ihn. Frag ihn. Jetzt kommt die Zone auch. Ist halt blöd jetzt. Ich guck mal, was ich machen kann. Ist halt ein Typ da vorne genau an den Autos dran. Das ist mein Problem. Muss mal gucken, ob ich den kriege. Er ist halt immer noch am warten, ne? Das ist das. Das ist genau das, was ich meine. Hey Black. Hey Black. Das ist das, was ich meine. Ui, ui, ui. Was ist eine Action hier? Im ersten Spiel. Guck mal, gar nichts zur Ruhe mehr. Das 15er Scope ist aber auch echt seltsam. Kann man sagen. So, damit haben wir die Ecke schon mal. Jetzt muss ich die zweite Ecke mir mal angucken. Wobei, ich habe nur noch 30 Sekunden. Da hinten noch einer ist. Aber der hätte wahrscheinlich schon längst auf mich geschossen. Ich denke mal, da wird bestimmt keiner mehr sein. Guck mal, da vorne ist noch einer. Könnte man ja mal gucken. Oder langfahren wir nach links? Na gut, ich muss sowieso hier auch noch Novo. Oh, da ist sogar noch ein zweiter. Hör dir das mal an. Und weg ist er. Er hat ja gar nichts gehabt. War einfach nur leer, der Typ. Ihr ausrastet am Auto. Oh, Benzin ist leer. Gut, wir nehmen uns mal sein Auto. Ah ne, ich bin nicht mehr drin. Oder das Auto ist nicht mehr drin. Das ist das Problem gerade. Ganze oben wird wahrscheinlich was sein. Die müssen ja jetzt auch runterkommen. Die von oben, glaube ich. Ja, die müssen jetzt gleich hierher kommen. Ist halt ein bisschen blöd hier mit dem Ding zu ballern. Ist sogar noch einer. Was machen die denn alle hier? Wo ist der Typ jetzt hin? Ach, da unten. Da läuft er. Hey, Signalgrau. Und too close. Hallo. Hi, ihr zwei. Na gut. Dann wird hier wahrscheinlich keiner mehr sein. Na gut. Na gut. Da ist er ja. Da war er ja. Da hat er sich versteckt, der Lümmel. Sind das hier für Leute in der Runde? Die raffen ja gar nichts. Die raffen ja echt nichts. Oder hier unten zu diesen Containern könnten wir auch nehmen. Aber der Baum, der ist so schön hoch. Kann man alles sehen. Wobei die mich dann wahrscheinlich auch besser sehen können. Dann sind ja nur noch vier Stück. Dann passt das ja. Alter, das ist ein bisschen eng. Das ist ein bisschen dünn, meine ich. Spiel ich Beta-Server? Ja. Das ist gerade der Test-Server. Gerade der Test-Server. Der hat eine Dreierweste gehabt, aber die müsste jetzt auch gut durch sein. Ah, da kommt der andere. Okay, nur noch einer. Alles klar. Und der letzte ist nämlich da hinten hinter diesem Haus. Weiß ich ja Bescheid. Da hinten ist er. Hab ihn gesehen. Schade. Hätten wir schon haben können den Typen. Hätten wir echt schon haben können. Bam! 15 Hits auf dem Test-Server. Easy Warm-Up-Runde. Kann man mal gemacht haben. the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. Bis zum nächsten Mal.